Na man, ihr hört mir Freunde und da sind wir wieder zurück bei Guild Wars 2 mit dem Skyline und ja Yay Das war mit die Geizansage, die ich je gehört habe Was ist heute los hier? Kommt das bei dir auch immer vom Cappuccino oder vom stillen Wasser ohne Kohlensäure? Ich trink den Saft Ja, siehst du? Sag ich doch Das ist fast dasselbe Nicht ansatzweise Stimmt mit dir nicht, Alter Oh, Event Hä? Ja, hier bei mir Nein Kannst du dir jetzt nicht hinforten, du musst laufen Ich bin ja eh um der Ecke Nur einen Tag richtig zockst ey, kannst du locker Level 30 werden Wenn du zumindest relativ viele Event Quests mitmachst So, ach diese Scheiße hier Na gut, ich nimm's auch Blödsinn, aber Ja Es ist Event und XP ist XP und Gold ist Gold Apropos XP und Gold ist Gold und bla bla Hm Jetzt benutzt er sein XP Booster Achso, der schenkt mir einfach so XP Ja, dann würde ich jetzt 15% bla 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 XP kriegen Ach nee, das gibt mir einfach nur so XP's, okay Kiki Einmal mit Profis arbeiten Alter Au Ich sterbe Verdient Nein, gar nicht wahr Verbrauchen wir einfach mal alle jetzt einfach Immer diese Zicke Ich sortiere jetzt lieber mein Inventar, ich sitze da jetzt mit Voila Alter, gib mal mit, wir sterben Wie die einfach alle an mir vorbeilaufen, die ganzen Geister Einfach super Ja, die laufen auch immer zum Besten, der Besten Ja, ist auch nur, weil ich mich verstecke Hm, hab ich jetzt auch gesagt Jetzt keine Ausreden hier finden Hm Ja, alles klar Komm, nächste Wette Neue, eine Pistole Boah, gleich wenn ich mich noch einen Krieger angekomme, ist das ja genauso Muss ich alles wieder neues killen Oh mein Gott Yes Yay Okay Ja, war ja richtig Gold So Wollang müssen wir jetzt lang? Da lang Da In den Krater rein In den Krater rein? Ne, warte mal, was? Falscher Film Falscher Spiel, du Affe Nein, Film Nein, Film Da kommen Filmsequenzen vor, also Film Ich mach mal mit Grüne Heusberg, Grüne Heusberg Und mein Gott, zwei weitere Grüne Heusberg Alter Alter Die hässlichen Dinger können hier kaum schauen Die suchen Elementar, Magnetstein und Manachit Ganz wahr Was ist das denn hier? Buchweil ist Buchweil ist Wovon redest du? Ja gut, das ist ein Leck Ja gut, das ist ein Leck Weg hier Dankeschön Besuchen, zwei Giese Interagieren Beheldetafel Drücken Wenn ihr Emperor Grüne Heusberg ganze Teufeln durch Rouge áreas Uh Vorsfinden us Komm hoch, komm hoch da ist ne Event An laufen Na ja, kenne ich schon That's all XP Ich reiche bald Level 19 Auch nice Ich reiche leicht Level 18 Du mal du vorgelevelt hast du ich habe zwei schriftzüge gebraucht so und bin jetzt gerade mal ein level über dir das heißt ja wohl dass du die ganze vor mir warst freundchen ja weil ich gelevelt habe als du in der ersten folge der stadt nur da habe ich zwei schriftrollen benutzt ja richtig hat sich rechtraum benutzt habe ich angefangen zu levelen das heißt du hast du warst schon wesentlich weiterzig nein doch dann ohne scheiße 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 kommen scheiße 4 2 scheiße mal knapp Was will die von uns? Dumme Ute, ey. Haha. Aber sagt er, die geht auf dein Bimbo drauf. Ist halt gut. Doch ist er ja da. Hä? Hast du ihn wiederbelebt, lol? Bei mir schlägst du auf den drauf, ey. Nice. So, ich muss jetzt da hinten lang. Hast du das von mir ab, oder was? Ja, das auch. Ich kann dich nicht mehr wieder sehen. Eins, zwei, drei. Kupfer jetzt. Hier. Ich hab da hinten noch ein Wegmarkierung, einen Aussichtspunkt und eine Sehenswürdigkeit. Oh, das hab ich schon gemacht. Das freut mich für dich. Freut mich für mich auch. Oh, Event! Das freut mich für dich. Oh, 15 von 17 Aussichtspunkten. Cool. Sehenswürdigkeiten. Ich wette, die einzigen zwei, die ich nicht gefunden habe, sind in der Stadt, ja. In der Stadt ist scheißegal. So. Weil es halt ein eigenes Level ist. So, okay. Ist egal. Sind denn, ist egal. Was? Wo? Wo? Okay, Leute. Wie komm ich jetzt da hoch? Klettern, klettern, klettern. Oh, das war dumm. Ich hab ein feuriges Großschwert. Wuhu! Miaun. Schauch. Jetzt auch, Alter. Miaun. Alter, ich fühl mich wie bei Yugo, der Flammschwertkämpfer, ey. Wuhu! Nein! Lappen. Spür die gewendige Kraft meines Feuerregens. Spin to win. Ach komm, leck meine behaarten Füße. Geil. Geil. Okay, ich guck jetzt auf diesen scheiß Boden. Oh, geschafft. Bitch. Bitch. Nein! Mein Flammschwert ist zu Ende. Hab ich auch einmal... Einer sieht aus dem Arsch. Hier. Hm. Auch einmal gehabt, äh, im Schneegebiet. Ach komm, deine Mutter ist doch auch am Kacken. Hast du das Jump'n'Run nicht beim zweiten Mal geschafft? Deine Mutter schützt meinen Kacken, ich schau zu. Deine Mutter schützt meinen Kacken, ich schau zu. Deine Mutter schützt meinen Kacken, deine Mutter schützt meinen Kacken, deine Mutter schützt meinen Kacken, ich schau zu. Ja, deswegen hab ich halt diesen Speed-Buff. Das ist viel leichter dann beim Jump'n'Run. Das freut mich für dich ungemein. Ich weiß. Da hat einer als Haussee ein Tropenvogel. Boah. Gott sei Dank. Macht sie nieder. So. Ansehen. Fressen. Du willst es ansehen? Fressen? Oha. Jetzt übertreibst du. Mhm. Mhm. Oha. Da hat einer einen Lindwurm als Haustier. Mhm. Boah ey. Lindwürmer sind am allergeilsten, finde ich. Dass solche Drachenviecher sind. So. Müsst du Sehenswürdigkeiten den Weg machen und dann bin ich mit der Ecke auffällig. Yeah, Event. Was? Wo? Bei mir. Oha! Machst du das Event ohne mich? Alter, lass dich verarschen jetzt. Du schaffst das genauso viel Action in deinem Event wie ich. Ich weiß, dass das kein Sarkasmus. Ein Garschamane. Was ist das denn? Oh, das ist ein Schamane. Yeah, Bronze. Was auch immer das jetzt für eine Aktion war hier. Auf die Gebäude! Geht's hier weiter oder was? Wie? Ja, Tatsache. Growl Moral. Soll ich nur noch Growls töten? Das krieg ich auch noch geschissen. Warte, was denn hier ist aber mal los? Super! Der Blutlegionstyp ist sofort tot. Lol. Ich glaub der muss stark sein. So ein Drehrum ey. Und komm wohin. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Rakete gestartet. Ne, warte mal. Ist ja schon wieder falsch. Der Stealth habe. Die habe ich schon. Die habe ich auch schon. Oh, warte mal. Was sind die denn alle am Machen hier? Ist ja eigentlich. Dann ist er. Ich teleporte mich zu dir. Lass mal. Nein. Du willst mich noch nicht davor haben. Los, Speed Buff. Yes, Event. Vertreibe die Growl. Er sagt ja, heute sind komisch viele Leute online, ne? Ja, irgendwie ist es merkwürdig, aber auch geil. Events gehen schneller, das ist das Gute. Aber es ist ungewohnt. Ich meine, wir zocken ja schon. Keine Ahnung wie lange. Und so viele Spiele hatten wir noch nie. Ne. Ich glaube, das liegt an der Wärme. Keiner hat Bock raus zu gehen. So ein Drehrum. Eigentlich dachte ich eher, da sind alle am See oder sowas gegangen. Ne. Ne, selbst für den See ist es zu warm. Und ich glaube, die sind aber auch sehr überfüllt heutzutage. Ja. Ins Freibad willst du eh nicht gehen, weil er hier ins Wasser macht. Äh, ja. Ja, das ist so geil. Ich finde das so eklig. Einfach nur... Mich erregt das total. Das glaube ich dir noch irgendwie. Alter, hier kommen ja noch mehr. Was ist denn jetzt aber mal los hier? Alter, guck dir das nochmal an. Ich habe keine Ahnung. Alter, das hat irgendwie XP Wochenende oder sowas. Ich habe keine Ahnung, Digga. Alter, was hat der denn für ein Gear? Ach du heilige. Der Krieger da hinten. Da, der Cross. Guck dir den mal an. Schlau hast du Digga. Wie, dieser Spieler hier, dieser Cross. Siehst du den? Hier der, der Krieger hier. Ich meine, es ist ein Skin oder was er hat? Ja, keine Ahnung, was er da hat, Alter. Ich glaube, es ist ein Skin. Es ist ein Aussehen halt. Sieht mal richtig brutal aus. Banner aufheben! Juhu! 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 So, ich bleibe jetzt hier und warte, bis die kommen. Hallo, guck dir mal meine neue Waffe an, Junge, hier. Bam, Alter, ich tripp einfach jeden. Neues Level, Level 19. Boah, ey. 6 Heldenpunkte, Klassenfertigkeit, 4 freigeschaltet, Hilfsfertigkeiten, 3 freigeschaltet, annehmen. Siegeländer, beseitigt alle 10 Sekunden einen Zustand. Siegel der Jagd, passiv, gewährt euch und eurem Tiergefährten eine Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit um 25%. Eure nächste Angriff und der nächste Angriff eures Siegel fügen mehr Schaden zu, okay. Fähigkeiten und die eures Tiergefährten. Eure Tiergefährte nimmt keinen Schaden durch Angriff. So wie E und Eure Tiergefährte sollten immer noch anfällig für Zustands- und Kontrolleffekte. Ich glaube, ich würde hier diese Geschwindigkeit machen. Was war neust du? Also ich fühl mich jetzt nicht gerade schneller. Ne, ich hol dich auch jetzt schon wieder ein. Hm. So Speed Buff, aktivier dich. Danke. So, und jetzt nochmal kurz, wo haben wir denn... Achso, hab ich schon gesehen. Okay, jetzt noch das Herz fertig machen und dann ist Feierabend hier in dieser Ecke. Mir fehlt noch... ...zwei Herzen. Wie viele Herzen hast du denn? Ich habe insgesamt, ähm, Herzen 14 von 18. Mehrer Wegmagen 14 von 18. Sehenswürdigkeiten 14 von 18, äh 17. Heldenpunkte 4 von 6 und äh, Aussatzpunkte 5 von 10. Okay, da habe ich alles mehr als du. Das freut mich für dich. Ich weiß. Achtung! Ich kann ja gerne mit meinem anderen Account mal online kommen, dann können wir mal weiterreden. Komm, hier ist Baum, hier ist... Hier ist Boom! Haken, haken, Holz, bauen! Ja. Wenn du magst. erstmal die... erstmal hier die Scheiße zu auffüllen. So ein Scheiß Herz. Los, auf die Hab hier! Ja, Alter, ist easy. Ist richtig easy. Gegen uns kommen die Gegner halt nicht an. Nee, wie andersweise. Hallo, jetzt nicht weglaufen, Kakaapier. Ist viel einfacher. Yay, fertig. Herzen bekommen, das heißt ja bis 15 von 17. Ich mach jetzt noch schnell, das Sapien ist kaputt. Mach das! Ich beweg mich mal zu diesen, ähm, komischen Gedönse da hinten hin. Wohin gehst du? Ach, du gehst jetzt dahin, wo ich war. Oh, okay. Zum nächsten Herzen. Los! Speed Rauf! Aktiviert erneut! So. 25% Geschwindigkeit. Schaden beim nächsten Angriff um 150% erhöht, Alter, schon jeder. Nice. Oh, hä? Du bist die ganze Zeit verfolgt. Mal gucken. Kein Herzevent. Oh, schade. So, gleich ne Sehenswürdigkeit. Oh, neues Event! Wuhu! Die Phantom-Truppen haben sich zerstreut und ihre Truppen sind eine Zeit lang unorganisiert. Oh, yeah! So, komm schon. Das Herz muss sich füllen. Boom, 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 boom. Ich mach die Stadt grad ein bisschen am Arsch. Aber hey! Aua! Hilf mir! Mama! Gutes Kind! Braves Kind! Was mach ich überhaupt hier? Was ist hier grad die Aufgabe? Ich weiß es nicht. Was? Keine Ahnung. Ich mach die Stadt grad kaputt. Nice. Ich sage für Zerstörung! Da ist noch irgendwo ein Aussichtspunkt, ne? Ah, oh mein Gott, guck mal wie weit oben das ist. Ich weiß. Das ist ja ätzend. Das ist mit einer der Beschissen an. Es gibt noch ein richtig beschissenes Ding. Ich weiß auch nur nicht mehr wo es ist. Wir kommen wieder hoch. Darüber. Okay. Ich folge dir! Ganz unauffällig. Naja. Dann schreist du das mal lauter Hals hinaus. Ja! Ah, natürlich kriegst du so'n scheiß Geist aus meiner Fresse. Alter, verpiss dich, du Huren-Sau. Du Huren-Sau? Oh yeah! Boah, das ist ätzend! Hallo! Ah! Wie ist das? Hier haben wir noch! Ich glaub ich hab's geschafft. Ich bin ja gar auf den Winter geflogen, ne? Ja, wir müssen hin, da hoch. Oh, Alter! Schwede! Ach, da hoch! Jetzt, ja? Mann! Ich sag's ja, diese Jump'n'Runs, ne? Die sind richtig... Alter Schwede! Wie komm ich da jetzt? Nein! Lässt dich immer zu schwammig bewegen, die Scheiße. Ja, jetzt kann ich... Jetzt kann ich wieder verneuen, ja. Mann! Mann! Tja! Oh, jetzt fängt noch mal das Event an, eh! Mann! Ah, ich find's gar nicht lustig, ne? Ich find's sehr traurig. Alter, hör doch mal auf zu stolpern, du böses Mistmien! Mann! Was? Was? Du bist... Du bist eine scheiß Katze, Alter! Ich bin da! Mann! Das ist schön, jetzt muss ich jetzt mal die Scheiße verteidigen. Ach, geil, ey! Was eine scheiß Stadt! Die wird erst mal geschlagen. Oh, ne schöne Stadt! Oh, das ist ein Spinnenbild! Boah, ohne Witz! Niemals wieder so'n Scheiß, ey! Aber das ist gut, dass das so... Es wird noch schlimmer! Bitte? Es wird noch schlimmer, ist das Problem. Ja, das Gute ist, dass das, ähm... Dings sind, so... Dass da irgendwas gemacht worden ist, damit er nicht alles direkt hat, weißt du? Also dieses Jump'n'Run ist schon ne geile Idee. Ich bin zwar behindert, weil ich hasse Jump'n'Run, aber... Kann hier nichts gegen ändern, ne? Eben. Ja... Doch! Zerstör die Welt! So, wenn wir im Max-Level sind, zerstören wir die Welt. Jo, würd' ich sagen. Vielleicht haben wir dann auch die dritte Person dabei, dann zerstören wir dreimal die Welt. So, das Herz hab' ich auch gleich schon mal gefüllt, das ist auch schon mal ganz cool. Das Herz? Jo, das Herz hab' ich auch gemacht. Mal so nebenbei. Achso. Ja, richtig easy! Guck mal, der hat einen Braunbär! Ja, aber ist nicht so geil. Bestimmt so ein Tank, oder? Wahrscheinlich. Müssen wir gucken, dass diese Mörser nicht... Aber es würde keinen Sinn machen, dass es ein Tank ist, aus dem einfachen Grund, weil er keine schwere Rüstung tragen kann. Welch? Der Schwarzbär? Nein, der Typ, der hier den Schwarzbär gerufen hat. Achso. Ich weiß ja nicht, wie die Pets da skalieren. Ich hasse in jedem Spiel Jäger. Das ist so eine der Klassen, die ich nicht kann. Was soll man denn nicht können? Du kannst ja auch ein Schwert benutzen. Ja, okay. Guck, was ist denn hier? Nein! Alter, was ist das denn jetzt? Wo bist du? Was ist da hinten? Das ist einfach mal ein Veterans-Gag, dass ich mit den Geistern battle, alter. Ja. So, ein Veterans-Gag auch gleich mal mitgenommen. Gleich ist der Jäger-Abschüsse. Wir sterben hier! Nein! Peter! Welcher Peter, Alter? Was ist das? Haha! Guck mal, die Mo-Arm die sind hier aufgebaut. Boom, boom, boom! Denne Mora! Yeah! Eh, warte, nein! ja richtig easy mach ich solo 10 mal ja auf jeden fall ich sehe die ganze stimmung zu drei mörser sind noch am lieben die reißen uns partie base 1 schon wieder so viel geister hier liegen muss das mal jetzt wieder looten sonst den scheiß nicht ablalala scheißmörser kaum noch 30 sekunden müssen wir überleben macht sie nieder diese blut legion jetzt die haben so eine geile rüstung so eine geile waffe also diese zwei händer zumindest ich wäre schon richtig abnormal ich habe jetzt auch als zweiter count mal eine blut legion genommen ich glaube ich habe hier auch die blut legion genommen weiß ich gar nicht nein du hast die arsch legion genommen ja weiß nicht ja sag ich doch weiß ich nicht das muss ich unter Druck so wo lang das ist halt auch wenn du es kommt halt drauf an oh was ist das denn hier hübsches inventar ist voll das kann man verkaufen das braucht kein schwein ja jetzt nehmen wir mit äh hättest du nen tank genommen dann muss ich nachdem was du genommen hättest das ist ja auch egal ob das blut legion bist du oder nicht ähm hättest du hier so ein ding uns genommen ähm oh ich glaube ich habe was für dich ne krieger doch mann scheiß bogenschütze mich angreifen einfach so seltsam hat er hoch was heißt hier versuchen ich mach es einfach ich mach es jetzt auch nochmal so just for fun und geschafft beim ja first try wuhu aua mama ach komm schon jetzt ich werde gerade durchgenudelt im game das war noch nicht mehr hochkommst ey wenn du einmal runtergefallen bist so kommst du auch nicht mehr von da aus noch da hoch du musst dann extra ganz runter springen immer ruhig bleiben nein denk an deinen blutdruck scheiß doch den hab ich morgen auch noch zuschauer sind das gewöhnt ach sorry ich muss sagen alter so ey das ist jetzt nicht dein ernst oder was denn ich komme nicht mehr hoch jemand hat die maul zusammengeschossen ich muss erwarten bis sie respawn oder ich gehe einfach hier lang das geht auch ja oder auch nicht ja muss jetzt warten boah hast du das scheiße gemacht ey wow skill skill digger halt einfach nur skill erstmal die ab als wenn ich wollte es gerade sagen als wenn ich den nicht getroffen hätte oh oh ansehen alter ja genau ich kann es nicht ansehen weil ich ganz nach oben muss oder was so jetzt alter die schweine schießen direkt jetzt gerade Mörser drauf alter alter das war jetzt gerade Glück im Unglück ey so weg hier bam da ist noch ein da ist noch die scheiß milkmarke hier holen so wo wir sagen wir uns auf den Arm die Sehenswürdigkeit und den Fertigkeitspunkt nur wieder aufsagen dann ist die folge auch schon wieder beendet es wird immer länger das heißt und die der Lea auf jeden Fall ist gut wenn man sich sporten kann spart man sich Meter 16 von 17 Sehenswürdigkeiten los Speedbuff oh hier ist ein Bossviech oder was Zwiesprache mit diesem Ort abhalten ihr Schweine oh ich spüre mein Chakra nein jetzt hat er mich mittendrin unterbrochen diese Sau mich auch ich war fast fertig fertig noch mal spüre mein Chakra ich glaub nicht zum Super Saiyan auf wow ich sag jetzt kommt noch irgendwas spannendes ne nicht wirklich wow wir hätten hier hinten noch einen Heldenpunkt wo verpest dich du scheiß Ascalon kappdrecksviech ist das denn wie ein Schwert alter oh das ist so ein Elite Ding es wird von uns zerstört stirb ja easy so so wollen wir dann die Folge jetzt beenden äh mir ist das egal wir können doch nochmal zum Aussichtspunkt hier ist noch ein Aussichtspunkt siehst du den musst du mir jetzt noch erstmal holen holen wir uns den erstmal ne damit es wenigstens ein schönes Ende wird ich weiß nicht zu welchem du jetzt gerade rennst zu dem da hinten zu welchem den da hinten bei mir ist da hinten einer bei mir ist noch mitten da ist ein fährt noch einer den ich mir noch holen müsste ok ich folg dir jetzt einfach mal paar Gegner Alter darf mich zu verfolgen ich will endlich wieder normal laufen können Event Oha schon wieder 10.000 Spieler komm wir gehen jetzt hier durch wollen wir noch zum Event ist halt ein bisschen über hehehe wie sonst auch immer Oha das ist jetzt auch mal ein bisschen mehr als ich gedacht habe Alter was geht ab wir feiern die ganze noch ja das Wetter zerstört mein Kopf ja easy wow wow hat sich wieder so wo ist der Aussichtspunkt oh mein Gott da oben ist der Aussichtspunkt kommen wir da hin äh wo bist du so so ähm erst mal hier hoch ne ähm ja gut ne ist ernsthaft komm wieder hoch warte mal jetzt muss ich noch kurz gucken wo ist der Aussichtspunkt ja hier vorne da oben da oben ne da war das doch richtig ja und das dort über ganz bestimmten Punkt ach so ja warte mal ich weiß wie ich ja erfolgt bei der Einwohner und dann so ha 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 oh hier ist noch ein Veteran-Troll ja ja das war fast tot von daher jetzt noch ein Veteran-Höhntroll aber jetzt höre ich mir auch einen feuchten Furz ah Blähmchen das ist auch einfacher als ich gedacht habe warte mal ich glaube wir besser folgt so kann ich ihn jetzt ansehen dein Schlinger ist ja grad am sterben ne ansehen 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 ich will ihn ansehen ähm wäre gut wenn du gut hältst ach ja genau stun mich ist ok ich hab ja nichts getan lass mich doch einfach in Ruhe was damit wir sind total frech die Viecher ne ja so jetzt können wir ansehen das kann ich endlich mal ha schöne Ball Tidulo boah boah hat der ganze Rücken geknackt alter ja der ganze Rücken per Woll ach nicht der halbe ne ach jetzt hab ich nochmal ansehen gemacht so warte mal jetzt hab ich natürlich noch mitten irgendwo noch äh ein nicht äh entdeckte Scheiße gesehen äh gehabt deswegen müssen wir jetzt nochmal kurz dahin wo? wo? teplotieren wohin? dahin halt ich kann jetzt nicht sagen wo ich bin wo wirst du? ach guck mal hier kann ich noch ein neues Gebiet entdecken wenn wir grad mal hin und entdecken das Gebiet und scheiße wie du bist du? oh nein das Gebiet entdeckt und jetzt wollt ihr es mal wieder ach da bist du ich brauche mich mal zu dir ich brauche mich mal zu dir da warst du noch nicht ok da weißt du doch nicht da weißt du doch nicht äh n scht was haben wir hier aus? ah noch ein Event oder was? oh ja geil machen wir mal direkt ne äh nassen raus hin und das mit den eingezogenen Schwanz weiter natürlich will er in die ganz andere Richtung naja Siggi Diggi ja reparier das scheiß Teil uns welche Geister ich weiß auch nicht grad was für ein Drogentrip der ist ach da hinten lol da wer macht eigentlich diesen Flächenskill? ich nicht na Junge wie wärs mal wenn du ein scheiß Teil reparierst? da braucht erstmal ne halbe Stunde Anlauf bis du das Teil repariert ne? ich versteh die NPCs manchmal gar nicht entsprechend ne andere Spare war mhm boah ich erkenn gar nichts mehr ich drück einfach nur noch eins oh da sind bitte ran aber easy easy hab ich solo gerissen dann wir zum nächsten das an hier präziser Überwurf Verteilung 12 Schulter also leichte Rüstung keine Ahnung nehm ich nicht mit Dampfgerät was denn ein Dampfgerät? was Dampfgerät? wo? ich hab ein unheilvolles Dampfgerät im Ventar ah das ist nur unter Wasserwaffe äh tropier wäsch heißen ja vitale Dampf äh Sperrschleuder sowas hab ich beispielsweise Waffe dieb nicht für eure Klasse verfügbar scheiß Ding bam wir haben vor allen Fall in den Knie geschossen ohne Witz wir machen so einen Umweg alter Schwede ey das wird eine mega krasse Überlänge alter acht Minuten Überlänge ja sie wird auch noch ein bisschen länger oh yeah äh wir werden mal sehen was wir für euch tun alter hm hm ha Warzenschwein angegriffen boah so gut böses Warzenschwein böser Pumba ähm ich hab ne leichte Rüstung 50 was Druck ab Angriff Kraft Präzision Vitalität Vitalität Plus 15 hm ja nehm ich mal mit warte muss ich mal kurz gucken was ich eigentlich rausschmeißen kann ah den Scheiß kann ich wegschmeißen mitnehmen Warum haben eigentlich alle Spaten solche Flügel? sie es gefunden haben in so einer Truhe wahrscheinlich allesamt was solche Schweine erst mit 300 Euro Cashen und dann mit Glück auf gut Glück hier ne aus Kisten was bekommen hm ja ja du ich muss eigentlich auch noch so eine Truhe mal aufmachen ey eine Truhe gibt es schon eigentlich keine Sache Sachen boah boah der weg ist mir zu lange ich teleportiere mich hä keine Ahnung so letzter danach muss ich mal den Aussichtspunkt sehen dieser veterinar aber ja cool Trans****schne Ich Después wieder ein lag ich glaub mein PC ist fertig für heute Ohne Scheiß warum läuft da einen Typ Blümchen das ist irgendwie cool schräg sich uncool also wenn es so feuer wäre wäre es richtig geil aber blümchen weiß ich nicht wenn ich nicht so ein großer fan fahren nicht jetzt ganz anders eingeschätzung ja ich weiß wir werden schneller ich hab ein krein bar ja easy so jetzt gehen wir zum aussichtspunkt und die scheiße hat vollen umweg gemacht ne ja wirklich hier das ist ein haustierchen für dich die waldraube ja auf jeden fall das ist nicht was du hast ich hab einen verschlinger falls du mir nicht zugehört hast ne waldraube ist cooler ja warte mal kann man nicht von hier aus da hoch irgendwie ne du musst hier hinten rumlaufen breiteis hier hin wo ich jetzt bin muss viel spaß ist ein jumprun wieder ne das weiß ich doch ok ja man ist so lahm sagen wirst du schon hier so waldläufer und dann immer noch so nimmst richtig irgendwas ja meine naturachter junge ich achte darauf dass was alles passiert um so ein gedönse naja ich hab das immer starken Kontrolle Kontrolle hab ich alles noch und Sprachfehler hab ich auch wuhu oh ne schon wieder ein Event oh 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 machen wir gleich noch das hopp ja das war knapp alter ich mach mal das die naja so gut wie ich will mal das Event machen ja ich mach gleich mit was Folge hat Überlänge nein in kleinster Weide das ist fast eine Stundenfolge alter 43 Grad ja ich mach jetzt noch fast Level 20 noch fertig oder was mhm ich mach Level 19 bestimmt auch noch fertig oh mein Flächenscale richtig hart verkackt wuhu Hauptsache Hauptsache die Spaten machen da einfach nichts Alter ihr blöden Schweine genau in dem Moment hauen sie ab oder was ja ja alles getimt haha ja durch so n schönen Flächenscale gehabt ey da ist nichts passiert oh nix nix gebracht ey oh ohne Speedwaffe fühle ich mich so namsan ich glaube ohne Speedwaffe gar nicht nicht mehr zocken ja es ist schon geil immer so schnell zu laufen weil man hat ja auch keine Lust 5 Stunden irgendwo hin zu laufen ich teleporte mich auf die ganze Zeit ich teleporte mich auf die ganze Zeit ja ok aber wenn du jetzt zum Beispiel so n Aussichtspunkt erkunden willst oder so und du dann keine Ahnung wie lamsan bist dann ist das auch uncool Lass auf in den Krieg oder so ok ok oh ja Veteran so ich glaube das ist dann wirklich nach dem hier zu Ende wenn ich jetzt noch ein Event kommt ja wow es war ein Veteran und mehr als nur Staub hat es auch nicht dabei gehabt ja nein ein solcher Gebäude ist kaputt schick den Mechaniker her wow mein Färchen-Skill hat richtig verschissen oh die kommen wieder alle von hinten kommen nur noch 26% müssen wir killen go 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 wir schaffen das wir schaffen das oh warte mein Teleport jetzt schlecht alter was geht ab ich seh nichts mehr ne ja oh mein Gott von der anderen Seite oh Gott muss nur gleich daran denken dass ich die bessere leichte Rüstung noch rüber schicke ja ich versuch's ja oh gold Mann es fällt mir nicht mal bis Level 12 nicht mehr viel ey ja nur machen wir in der nächsten Folge aber warte mal es kommt ein neues Event jetzt oh Hardcore Überlänger hoch 10 oder kommt noch ein neues Event LOL LOL ja was denn der männliche Typie hat eine weibliche Stimme hat eine weibliche Stimme Leute ist hier wirklich eine weibliche Stimme LOL GG Skype ne danke äh ja aber der wird sonst nicht kommen es reicht jetzt echt jetzt jetzt mal ohne Witz nächste Folge nächste Folge nächste Folge knapp 20 Minuten Überlänge reicht schon ja du musst es dann sagen ne ach ich okay dann würde ich sagen das war's mit Geldhaus 2 für diese Folge und dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss 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 Vielen Dank.